Ja, ich bin's wieder, ich werde wieder ein Upload machen gleich, aber was ich loswerden wollte ist, dass die neuen Smartphones alle sehr gut drauf sind, aber ich weiß nicht warum die Menge sie alle so groß haben möchte. Ich finde, die Displaygröße sollte immer so bei 4,3 Inch liegen, also 4,3 Zoll und wie gesagt, ich hätte mir schon längst ein neues gekauft, aber die sind mir einfach zu groß, die passen ja nicht mehr in die Hosentasche, so muss man ja auch denken. Na ja, dann hoffen wir mal, dass das Ganze noch besser wird und es passt alles, die PPI über 400 teilweise oder so und das ist ja, das ist gestochen scharf und das ist aber mehr als das Auge sehen kann, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass die Grenze bei so 300, vielleicht 330 ist oder so, keine Ahnung, wenn man kurzsichtig ist, natürlich ein bisschen höher, ich bin kurzsichtig, sogar stark kurzsichtig, aber da muss ich ja die ganze Zeit ohne Brille sein, das möchte ich ja auch wieder nicht, aber wie gesagt, die sind einfach zu groß, das wollte ich mal loswerden, okay, danke, gibts mal einen Daumen an, ciao, ciao.